hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder bei der gacki spielt community wir sind immer noch hier auf der mvp 19 im live stream unterwegs mit mir zusammen der moritz der feine hawkei simon tom und tom hallo zusammen ich bin gerade noch mal dabei hier die letzten sojabohnen nach hause zu bringen und dann gucken wir mal was wir dann so treiben genau wir wollten kalten haben wir gesagt irgendwas war da damit wir was ist denn jetzt hier im weg so ein kleiner busch und da bleibt man hängen definitiv ist die einfahrt nicht für mich gemacht hier aber jetzt passt das so dann würde ich nämlich sagen dass ich zumindestens zum feld ja wo auch immer das ist in der nähe des rübenfelds darunter darum den weg finde ich noch dann bringe ich euch mal abfahrer das ist keine ausfahrt kreis anfall im scheiß hier ist das dein eigen der steuer oder ja mann das hat man gekauft alle ich wollte ja eigentlich diesen großen misstreuer haben aber der kann kein kalt hier auf der karte die manchen nicht mal kurz mit es ist im grunde der einzige oder man müsste it runner und der misstreuer vom it runner der kann kalk das wäre die einzige alternative die wir hätten da muss halt nur jemand ständig dabei bleiben wegen nachladen ja wie gesagt ich glaube ich wenn ich den den abfahrer hingestellt habe dass ich dann mich um den überladewagen kümmere da vorne sehe ich schon den drescher stimmel Prozent Prozent ist ein Land ich bin zu Recht doch was die Torte der hat die komische Berge an den Straßenrand gebaut. User was moved to your channel. User joined your channel. Als du im Werk anfällst 12 meinst, was wär ich? Ne, 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 ne. So, wo ist jetzt der Überladewagen? Der steht unterm Kalk. Achso. Der steht mir einfach im Weg gerade. Platz gemacht. Oh Gott, der bremst der gar nicht mit dem Ding dran. Na, ein bisschen gelockt. Nur mal gucken. Wo kommt man hier wieder raus? Entgegen der Fortrichtung. So, ich hab jetzt gleich meine Abschnitte weg. Also ihr habt recht, zu lang dauert das Feld zwölf gar nicht mehr. Und noch unten der Teil. Fahr du mal vor. Du bist damit schneller und du musst eh erster arbeiten. Naja, gut, wir sind ja auch schon ein paar Stunden dran mit dem... ...zwei Ertern oder so. Ja, ich weiß nicht, wie... Du saßt ja auch schon den ganzen letzten Stream dran. Ja. Gut, dann. Das heißt, du hast drei Streams für ein Feld Kartoffeln. Äh, Zuckerrüben. Äh, ich sag nur erlaubbar. Wie war das mit den Kartoffeln? Ja, bei Ellerbach sind die Felder kleiner. Zwei Reihen. Stundfolgen, nur Kartoffeln. Wuhuu. Warum machen keine Kartoffeln auf der Ellerbach? Deine Felder, die wir haben dann. Also, das siehst du ja fast gar nicht. bin ich mal gespannt wie der Verbrauch von Kalk hier ist wenn wir nicht diesen Füllmengen Füllverbrauch mal drauf oder? alles original so wie es ist dann wird es lustig ich stehe mit 70.000 Litern schon hinter Feine was haben wir denn jetzt? Soja Bohnen Soja Bohnen haben wir noch 147 so dann mach ich nochmal ja doch da kann ich den nehmen schon mal Stroh Pellets umladen ins Heizkraftwerk nicht dass das stehen bleibt ich bräuchte einen Abfahrer für die Wirklichkeit so geht aber leider nicht schneller weil ich jetzt auch wieder komplett voll war ach so passt da nix mal ran so mehr als voll geht nicht wahrscheinlich oder so oder siehe das aber das aber wie schnell fahren denn die Dröscher wenn sie ganz gut repariert sind? 10 man hat ja gesagt ich hätte ihn umgeschrieben und was darf ja nicht naja ja ja Was ist das Schade? Wo ist Agrar? Ach da unten. Stopp. Mal gucken. Mal gucken ob ich das finde. Noch 39.000 Liter Diesel in der Getreidetrocknung. Der geht ganz schön da durch. Mann, das ist doch nicht mehr normal. Na gut, 40.000 waren drin. Ich hab vorhin... Tom, wann bin ich bei dir oder bei euch? Oder beide Toms, wann bin ich bei euch in Call reingekommen? Wo ist Max jetzt? Äh, halb vier. Äh, ne halb drei. Halb drei, ja. Da war das Video von der Bergischen Land schon fertig hochgeladen. Und es wird immer noch verarbeitet. So, jetzt suchen wir mal wo der Pfeil hier rum eiert. Ich hab noch 60% drin, also alles gut. Oh, das ist ja gar nicht so ein schlechter Verbrauch. Normalerweise ist es eigentlich höher gefühlt. Ja, das kann man auch in der Map einstellen. Aber Gacki, ich komm grad so einmal rum vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und da wird ja gleich der Verbrauch vom Diesel noch höher werden. Warum? Ja, wenn wir jetzt den Hafer noch in die Trocknung schmeißen. Und die zweite Kammer angeht sozusagen. Wir brauchen Diesel. Oder wir müssen wirklich mal gucken, ob wir noch irgendwie eine platzierbare Tankstelle mit drauf nehmen erstmal. Wo aber vielleicht der Auto ein bisschen schneller ist. Wolltest du jetzt mal eine andere Tanke probieren? Äh, ne. Wie soll's sehen? Ja, ne. So. So. Ich verfolge die Trasher. Hier müsste einmal rum kommen. Ja, ich bin schon direkt hinterher. Ja, bei mir kannst du einfach Edi abtanken gerade. Also Fahrer erst mal tun. Ja, genau. Äh, Frauke, machst du das denn? k da haben wir ja eigentlich die ganze Zeit das ist ein Tom. Okay, also nicht Jerry. Ja, Tom. Wer? Jetzt müsstest du definieren, wer ist Jerry. Na, Tom ist Tom und Tom, weil es Jerry, ganz einfach. Doch. Äh, ja, das ist nicht Jerry, ja. Das Stroh synchronisiert hier heute sehr langsam. Ja, Mann. Bestimmt, ja. Ja, schlimm. Ist es auch noch nicht, finde ich. Also vergleichsweise. Wollte er mit dieses Gepiepse von diesem blöden Roten, oder ne? Also, Simon, du fährst jetzt auch die letzte Bahn da oben. Was? Du fährst jetzt auch die letzte Ecke von dieser Bahnecke da oben. Ja. So, ich habe eine Ballen. Ein Ballen, Balle. Eine Balle. So. Ja, klar. Muss so sein. Muss so sein. Da kommt ja dann wieder noch jede Menge Stroh dazu. Das ist gut. Ich bin jetzt einmal rum und habe trotzdem eine halbe Tolle. Das wird sogar verbraucht. Das ist gut, aber. Oh, ja, 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 ja. Der kommt ja aus dem Berg nicht mehr. Das ist gut. Der ist jetzt weg. Schieb mich doch hier nicht. Wieder raus und einmal noch Rückrutsch. Für dich gleich zipsack. So. See ya. Und dann hier. Ah, 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 ah. Ein Volltreff mit 50.000 Litern Kalb. So. Wie sieht es hier aus? Immer noch keiner mehr trappener Weizen. Toll. Der steht hier. Gut. So, ich werde dann aber auch mal raus für heute. Tschüssi. Jetzt gibt es nur noch Tom, weiß ich Bescheid. Pflanzen. Ah, das wird ungefähr gereicht. Pflanzen. 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 Papore. Pflanzen. 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 Pumuz C все. weil ich ja ein kleineres hat. Später. Später. Mal gucken, wie viele Ballen es hier gibt von dem Feld. Oh mein Gott. Ja, ich gucke gerade schon wieder auf die Uhr, das ist ja Wahnsinn, die zeigt, die rennt, wenn man hier ein bisschen was zu tun hat. An die Zuschauer bei YouTube, die die Folge gerade sehen, wir sind für den Moment erstmal fertig, auf Twitch geht es noch ein bisschen weiter, wir sind ja hier im Livestream und erst nochmal, wer mitmachen möchte, kommt auf den Discord, da gibt es alle Infos und ansonsten schaut einfach nächste Folge wieder rein, würde mich freuen. Ich sage tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Adi, tschüss. 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 Adi.